Hi liebe Sportsfreunde zu einem neuen Video, eine neue Preview auf meinem Kanal aus der Bundesliga und zwar ist es heute FC Ingolstadt gegen Borussia Dortmund. Da kann man schön sehen. Das sagen sie gut, eine echte Aufgabe. Dortmund, totaler Favorit. Ich habe Dortmund heute, das freut mich natürlich. Ich darf mit Ingolstadt dagegenhalten und gucken, dass ich möglichst wenige Gegenteile kassiere. Also ich schätze mal, es geht 4-0 aus für mich. Ja, es wird eine heftige Sache auf jeden Fall. Und dann werden wir uns gleich die Aufstellung angucken. Offensiv bei dir ist halt schon Zucker. Ja. Und ja, jetzt kommt hier die Ingolstädter Aufstellung. Ja, bei mir ist auch die Offensivung so ein bisschen das Herzstück eigentlich. Da sind schon Namen dabei, die kennt man, aber er ist natürlich nicht in dem Maße. Da steht trotzdem recht offensiv da. Und Levis und Martip halten hinten schon schön zusammen. So, ich habe ein paar Endo reingetan und zwar habe ich aus einem 4-4-2 ein 1-5-4 gemacht. Also 4-5-1. Also ja, 4-5-3. Schürde reingepackt und dafür Rohde rausgelassen, das heißt noch Offensiv. Und du hast Felix Passlack drin. Und den Passlack habe ich dann genau. Aber der hat letztes Mal gar nicht Hebrie gegen den wir spielen können. Ja, und? Das war doch das Duell überhaupt. Genau. Ingolstadt hat Anstoß. Und dann geht es auch schon los. Ingolstadt versucht wieder vor allem über den Ballbesitz zu kommen. Und das macht ja... Niederland hält jetzt den Ball schon sehr gut. Ja, das wäre geil gewesen, wenn ich jetzt erstmal direkt ran komme. Ja, das wäre ja ziemlich blöd gewesen. Aber natürlich spielen wir nicht so. Nein, wir spielen jetzt schon richtig los. Und Suttner startet direkt durch. Jetzt ist es schon über die Mitteln hier drüber. Das ist ein Wunder, ja. Ja, ja. So. Und Suttner jetzt ist er ganz schön weit vorne sogar. Und die Flanke kommt. Aber da steht wieder mal niemand. Doch, meiner. Ist das dann auch recht schlecht. So, da habe ich noch die Kastro. Oh, er verliert ein Ball. Wird aber auch gefault. Also, wenn ich hier... Reus. Ja, aber Reus vor dem Moral ist auch ganz gut, ne? Ja. Was? Direkt gelb? In der 6. Minute? Ja. Bei meinem gelben Trikot, ne? Na gut, er ist sowieso ja für die Offensive zuständig. Und wenn in der Hals ein gelb-rot gefettet ist, dann kommt kein Kagawa rein. Natürlich. Oder Mohr, oder keine Ahnung. Ne, Mohr habe ich nicht mitgenommen. Nicht mitgenommen? Ne. So, Ingolstadt hat eine ganz krass gute Freischussposition. Ja. Und... Will ich denn rein machen? Ich glaube nicht. Wer weiß? Na? Kommt schon mal besser als die letzten? Ja, das stimmt. Ich werde von maximal werde ich... Du trainierst, ja. Besser. Gucken wir uns gerade noch mal an, dass ich auch noch mal für mich weiß. Also, platziert war schon mal ganz gut. Weil der ist eigentlich der Freistoß. Ja. Platziert war auch schon mal ganz gut. Wir haben ein bisschen zu stark geschossen. Aber gut, Ingolstadt hatte die erste Chance. In diesem Spiel. Ja, wer hätte das vorher vermutet. Richtig, genau. Das war auch ein ziemlich plumpes Faul von dem Herrn Reuster. Ja, er ist auch nicht der Spezialist dafür. Ja. So. Ich komme mit Dortmund nicht an den Ball irgendwie. Und wenn, dann kann ich mich halten. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Du musst noch ein bisschen Ruhe reinbringen. Auch wenn ich die Formation noch ein bisschen schlecht gewesen. Was lag? Ich glaube nicht. Oh, wow, Shirley, jetzt hat er noch ein bisschen Platz. Ja, genau. Weil du mich vorne her offensiv bist, bin ich erst mal direkt im Arsch. Ja. Du darfst einfach zwei vorbei und... Ja. Was fällt ihm ein? Reus. Durch die Beine. Der passt. Schmelze mit der Flanke. Und da kommt Götze. Fast das... 1 zu 0. 1 zu 0. Ja, mit dem Kopf. Im letzten Spiel hatte er das schön zweitroten gemacht. Ja, ne? Total überraschend. Den hat er aber nicht gut getroffen. Aber er ist noch nicht so der Kopfballspieler. Ganz stimmt. Wobei, im letzten Spiel hat er den Kopf getroffen gemacht, ja? Glaube ja. Aber ja, das ist ja... Weil... Manchmal... Manchmal schafft er's. Aber da ist halt Dortmund auch schon immer die erste Chance. Und dann geht's gleich weiter. Das Zeichen gesetzt, ja. Das ist ja... Wie gesagt... Jules Stadröse über die... Defensive kommen irgendwie. Castro... Ja. Jetzt Haagels, jetzt fängt es zu langsam an. Jetzt fängt es an. Maschinen... Ja, die läuft. Es ist jetzt zu warm. Wobei der war schon... Schlecht. War schon gut vorbei. War schon gut vorbei. Für seine Qualitäten normalerweise war der schlecht. Aber jemand wie I, der fängt mal klein an. Ja. So. Da hatten sie mal ganz kurz den Ball und dann geht's direkt wieder los. Also das ist gerade schon sehr... Aber Aubameyang hat noch nichts gemacht. Ja, das können ja auch nicht alle Leute gleichzeitig Tore schießen. Stimmt. Ey. Castro... Du bist ein Fan von Castro, merke ich schon. Nicht nur, aber der ist halt schön in der Zentrale. Und zwei Schüsse kann ab. Und warum soll ich mich da durchgeregeln, wenn ich auch schießen will? Wer ist schon nochmal drei Meter laufen können. Aber gut. Ist ja okay. Ich muss ja keine Lintour beziehen. Ja, also... Dich müsst ihr eigentlich freuen. Ja. Mach weiter so. So. Hier passiert mir mal gar nicht viel. Bisher. Aber ich komme ja so lange zum Spiel. Haben wir ja gesehen. Aber jetzt ist hier Lecky hatte einen frühen Ball gewinnen. Und das war zu einfach. So, jetzt kommt... Jetzt kommt der Beuze. Ne? Ja. Jetzt ist hier höchste Konzentration. Ja. Ich komme auch an den Ball. Suttner am Ball. Ach der, Suttner. Ach der, Suttner. Was soll denn denn hier so ein Passiv bitte? So, jetzt machen wir mal ein bisschen kontrolliertes Konterspiel. Oh, der war schön. Aber da hast du noch eine zweite Reihe oben stehen. Ja. Das freut sich, gell? Ja. Wenn man denkt, das war's schon. Nee. Dann kommt noch mal so ein Viererblock. Manchmal nervt sowas auch. Ja. Das ist getrocknet. Erstmal wird's jetzt groß. Ah. Also wir merken schon, irgendwas ist am... am kommen, aber kommt nicht durch. Ja, aber ich auch nicht. Sie versuchen was. Oh, Mann ey. Mathild hat aufgefasst. So, jetzt komm... Ja, also super, das könnt ihr auch nicht hinrennen. Na, also hier komm, geht gar nichts zusammen. Es geht gar nichts. Es funktioniert nix. Obwohl ich ja eigentlich das Spiel haben müsste, aber ich komme jetzt grad wieder nicht rein. Ja. 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 Da ist auch schon mal Schülle. Bringt die Flanke rein. Preuß kam leider nicht dran und jetzt könnte mir nur einen Konter geben. Ja. Immer noch. Nee, so nicht. So nicht. Fies ist V, dann. Ja, ja, natürlich. Ja. So. Jetzt endlich mal Obermeiern. Endlich mal im Strafraum. Und da arbeiten aber alle gegen Aubameyang. Aber trotzdem gibt es eine Ecke, ne? Ja. Das war ja okay, aber Hauptsache Aubameyang weg vom Tor. Aber es kann auch andere, also das ist kein Problem. Sokrates hat es aber diesmal nicht geschafft. Ne, noch nicht. Auch wenn er am höchsten gestiegen ist. Ja, da wäre am liebsten jeder dran gekommen und hinten reingemacht. Aber es kann halt nur einer dran kommen. Ja, hochphilosophisch. Natürlich. So, Matthew Leckie am Ball. Der ist der Neue. Da hat natürlich auch jetzt hier einen starken Gegenspieler, einen Pass lag der davor. Hallo. Oh, Reus. Sehr schön. Und jetzt hält es doch. Ne, doch noch nicht. Muss das jetzt dann sein? Oh. Kann man stehen lassen von Schürtel? So. Immer noch nicht. Aber ganz knapp dran. Darauf nur das hier im Spiel. Das war ein sehr schöner Pass. Auf den Neuen, auf Leipatz. Der hier ordentlich weggehauen wird, aber so gratis kassiert nichts, als ob er hier den Schiedsrichter bestochen hätte. Ne. Hat er nicht. Das war ein sehr schöner öffnender Pass. Und jetzt die Ciano. Und da kommt er noch dran. Da kommt wirklich noch dran. Und jetzt die nächsten Rettungstat. Also, was die gegen heute schon... Du hättest du auch so reinmachen können wahrscheinlich, ne? Ohne zu überlegen. Ja. Ich mach's halt gerne. Sicher. So, da sehen wir auch links oben, das Spiel der Spiele in Deutschland eigentlich. Das Derby, der Derby. Und zwar Dortmund gegen Schalke. Im Westfalenstadion diesmal... Das wird schon... Der Knaller. Ein Knaller, ja. Richtig. So, ein Ballverlust darf aber ja auch nicht passieren. Da hat Reus schon mehr machen können. Aber Obermeyang stand halt leider im Abseits. Aber es geht ja trotzdem in Ecke. Und dann... Fällt's halt jetzt. Irgendwie. Wie denn? Neland. Auf dem Posten. Der ja gerade zum Matchminder avanciert. Ja. Weil ich ihm die Chancen gebe. Ja. Zu fliegen. Ja. Ein paar Schüsse aufs anderen Seite. Ich hab's ja auch schon wirklich... Du hast dich auch schon gut gewiesen. Ja. Die Torhüter aktuell im Fokus. So, die nächste Ecke. Jetzt gibt's Abstoß. Er hat die Höhe noch nicht so ganz hoch, glaub ich. Der war nämlich jetzt noch weiter höher. Der war ja... Oberrang schon fast. Oder aus dem Stadion. Nee, nicht ganz. Also... Nicht ganz aus dem Stadion. Oberrang. Ja. Tuchel, kannst du auch nicht glauben. Ich hab zehn Schüsse. Ingolstadt vier. Aber war auch schon gefährlich. Auf jeden Fall. Da waren schon ein paar gefährliche dabei. Richtig. Aber so wird das natürlich nichts. Wenn das hier so weitergeht, dann... Irgendwann fällt es eins. Noch mal ein schönes Foul. Und der wurde aber gerade noch mal nachgetreten gegen Rotscher. Ja. Die da ist zehn, die möchte man hier nicht sehen. Nee. Aber es war einfach kein Nachtreten. So. Und jetzt ist die Kontochance da. Das war mal Lester Mann, Castro. Was gibt's? Nee, es gibt bestimmt nix. Schlimmes. Wahrscheinlich. Er kommt aber schon angelauchen. Wobei, hat er schon Geld gehabt? Oh, direkt rot. Direkt rot. Direkt rot. Ja. Das war schon ein schönes Foul. Aber ich habe ihn eigentlich gar nicht so krass berührt. Nee, überhaupt nicht. Guck dir das nochmal genauer an. Achso. Hier, das war Schweibel. Ja, genau. Ja, wirklich. Was war denn da eine Schweibel? Das war wirklich Schweibel. Vollkommen gerechtfertigt. Und das wäre ein klares Tor gewesen. Es war eine 3 zu 1 Situation. Das war eine Schweibel. Das wäre ein dicke Tor gewesen. Also so gesehen finde ich das, finde ich das vollkommen gerechtfertigt. Und jetzt muss Dortmund natürlich gucken, wie sie damit klarkommen. Ich glaube, es war eine Schweibel. Ja, wirklich. Ich habe ihn ja wirklich wieder erwischt. Aber auch glatt rot ist es auch ein bisschen krass gewesen. Wie gesagt, das war, wie hast du ja selber gesagt, das war letzter Mann. Ich glaube, da hast du auch recht. Ja, aber in deiner Hälfte. Nicht in meiner. Lecky. Da war es schon wieder ein bisschen knapp. Jetzt hat natürlich ja Ingolstadt den Vorteil. Wobei eigentlich bei meiner Qualität müsste ich schon das ausgleichen können. Ja, ganz, ganz knapp. Ja, ganz knapp, ja. Jetzt ist es natürlich doch schon ein bisschen schwieriger. So über die Bühne zu kriegen. Jetzt ist die Chance da eigentlich. Aber sie müssen, Ingolstadt muss trotzdem hinten weiterhin dicht stehen. Sonst knallt es da trotzdem direkt. Das ist, ja, ganz, ganz gefährlich. Ja, Robert Mayang jetzt hat man schon gespielt. Das ist das Problem. Okay. Die Zeit hat er auch nicht mehr tatsächlich. Nee. Ich frage jetzt halt jetzt, ob Ingolstadt Bleichspiel macht. Sieht schon ein bisschen so aus. Das machen wir ja. So. So. Sokrates. Picken. Das läuft es nicht so bei ihm. Deswegen macht er dann vorne. Ja, da holt er sich gleich wieder den Ball. So. Obermeyang. Außen. Best 1 stehen. 2 stehen. Und Schürrle. Leider nee. Noch nicht fein. Aber der Guerrero schießt mal. Ja, der macht den guten Schuss. Ja, der macht den guten Schuss. Die nächste rote Karte nach dem Konter. Für dich oder wie? Nee, das ist für dich. So. Obermeyang. Mit der ersten... Chance. Hey, das gibt's doch nicht. Man kommt nicht durch. Das ist unglaublich. Ach, man wie's mir geht. Jetzt nochmal. Hinterseer. Hat noch ein bisschen Power. Vielleicht kann er doch mal was reißen. Aber Kagawa ist eigentlich da. Lange Ball auf Lecky. Das war bestimmt so gewollt. Getunnel jetzt. Sauber von Kagawa. Oh, und da lässt er den Ball durch. Ich sag mal, was soll das denn? So kann man doch nicht spielen. Es geht hier jetzt wirklich nur noch... nur noch nach vorne. Ja, beide wollen jetzt das entscheidende Tor machen. So. Aber das Mittelfeld ist überhaupt nicht mehr. Ist nicht mehr so viel Spielzeit. So, Gartis setzt sich schön durch. Was macht er? Flankt rein. Obermeyang. Kommt leider nicht dran. So, 4 Minuten Nachspielzeit gibt's. Wahrscheinlich auch wegen der... Jetzt nochmal. Jetzt ist halt alles offen. Jetzt ist alles offen. Hinterseer. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Heute klappt's nicht. Das war auch nochmal ein Foul eigentlich, aber passiert da nichts. Und da ist das Spiel vorbei. Das Spiel ist vorbei. Ich hab leider meinen 4-0, den nicht erfüllt. Das gibt's nicht. Aber ich bin immer aus der Meinung, dass es keine rote Karte war. Doch. Kann man schon geben. Letzter Mal. Es war eine Schwalbe. So sah's aus. Es waren 3 Leute, die in Richtung Tor gerannt sind. Und... Aber der ist so abgehoben, dass... Ja. So kannst du nicht... Naja. Also, Spiel ist aus. 0-0. Schwache Leistung von Dortmund. Ego Stadt hat gekämpft. Und falls euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch. Gerne auch eure Tipps in die Kommentare. Das interessiert uns schon, oder? Ja, doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Und könnt ihr mich gerne auch kostenlos abonnieren. Und dann sagen wir auch direkt mal Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.